da sind wir beim nächsten opening und ich habe ein secret layer für euch und zwar vom lieben liblub aka fabi könnt ihr mal unten in die beschreibung schauen großartiger mensch großartiger mann sehr 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 netter mann und er hat auch schon sehr sehr viel für den channel getan und ja er hat mir noch mal ein bunch of secret layers gegeben und wir schauen uns die an und gucken mal was wir so haben die hier ist if if lux could kill es sind mittlerweile so viele secret layer auskommen dass ich gar nicht mehr weiß welche das sind thank you for being part secret layer und wir haben hier eine asami lady of scrolls aha ich muss ehrlich sagen ich habe keine ahnung mehr welches secret layer das ist wann das war und wieso das war ich kann es euch alles nicht sagen ich kann auch nicht sagen was da drin ist ich habe mich mal vollkommen neutral da reingestürzt die sieht wirklich gut aus spannend dann haben wir ein ein liana of the dark realms bist du hübsch junge sie ist richtig gut in sumpfdecks also in reflektormade sehr süß sehr süß mit der katze und mit dem sixpack macht einen neidisch aber er hat mehrere gesichter also liana hat mehrere arme hier haben wir mehr toilettenpapier reflektormade hat sehr viele gesichter dressed to suppress und adaptive automatum sehr cool ist ein ramana 2 2 ja der wenn ein spielfeld kommt werden karton typ aussuchen können und dann ist er ein lord dafür sieht sehr cool aus hat aber auch keinen wert ich glaube das ganze sekulär hat die liana ich weiß nicht wie teuer die liana ist tatsächlich aber bisher das sekulär nicht so viel wert und dann haben wir eine hidden card und zwar ein basal sliver ja sliver für unten drunter ja super weird also sehr hübsch soll anscheinend so ein bisschen so ein mode ding sein man soll sich modisch kleiden sehr spannend habe ich habe ich selber noch nicht gesehen gehabt bin ich ehrlich und deshalb vielen dank fürs bereitstellen an den lieben lip up und wenn ihr mich unterstützen wollt könnt ihr das tun bei richtig patron patron könnt ihr mich monetär unterstützen ab drei euro jeden monat könnt ihr dort etwas beisteuern zu diesem kanal und ab einem gewissen level kriegt ihr auch was zugeschickt und so ein sport zwingen vielen dank an meine patrons und wenn ansonsten daumen nach oben video teilen und zwar und so fort heute mal ein ganz ganz kurzes video weil es wirklich eine sehr sehr kleines sekulär ist sekulär kommen immer mittwochs dementsprechend ja wir haben noch ein paar sekulärs vor uns und die gucken wir uns dann in den nächsten wochen an ich hoffe ihr hat spaß wenn ja daumen nach oben abonnieren wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin euer black seht ciao ciao